Priska, woher kommst du? Aus der Nähe von Frankfurt. Du hast also sehr gut Berge trainieren können. Ja, wir haben immerhin den Taunus. 880 Meter hoch. Aber ich bin hier gerne in den Bergen. Zum vierten Mal läufst du die Tour der Tirol? Zum vierten Mal. Was fällt dir zur Zahl 13 ein? 13. Mal dieses Jahr? Jawohl. Ich habe das mal bei Facebook gelesen. Hat eine Freude von mir mitgemacht. Das muss ich auch mal probieren. Zahl 13 ist für dich was? Boah, eine ganz normale Zahl. Ne ganz normale? Ja, also nichts. Ich schlafe auch in Zimmernummer 13 oder fliege im Flugzeug auf Platznummer 13. Ich glaube, die gibt es gar nicht. Super. Merci für das Interview. Gerne. Schöne Beine. Nürnberg. Nürnberg, ja.